Die geilste Currywurst Einmal haben! Unsere heutige Currywurst geht in ein Käsebad mit der schönen Carla. Das war der Trieb. Das war der Trieb. Mayonnaise ist viel zu gesund. Wir verwenden Käse. Mayonnaise. Das ist kratzig. Falten. Liebe Kuna Mayonnaise mit 80% Fett. Du hast uns einen treuen Dienst erwiesen. Doch deine Zeit ist nun leider vorbei. Wir werden dich ersetzen und du kommst wieder zurück in den Kühlschrank. Von nun an verwenden wir Gio Hot Cheese Dip. Hot Cheese Dip! Hot Cheese Dip! Hot Cheese Dip! Curry Bolognese! Die Zwiebeln... Das ist ja super. Warte, was isst du da gerade? Die geilste Currywurst ever! Was ist jetzt die? Currywurst im Speck und Käsemantel mit Curry-Bolognese-Soße und mit Käse-Mayonnaise. Nicht zu vergessen natürlich Speckzwiebeln. Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja super.